Nicht, wo das andere Gleis ist. Nur von der anderen Seite entgegenbauen. Oh oh. Was ist? Ich habe irgendwas abgebaut. Ich weiß nicht, was es war. Downbreak? Nee, das war ganz normal. Ich habe einen Hopper in der Hand. Ja, okay. Hopper ist egal. Ja, warte mal. Wie wird der gerichtet? Komme. Der geht jetzt gerade nur nach unten. Du musst auf den... Ja, genau so. Ja, jetzt ist er. Okay. Hier wollte ich mich mit nach oben. Okay, kannst du hochbauen. Funktioniert's? Ja. Okay. Ja. Ja. Okay, du bist ja schon hier runtergegangen. Okay. Wofür sind die Lampen hier? Moment. Ich weiß gerade nicht, welche Lampen du hast. Ach, sie sind einfach nur an. Okay. Ja, die Lampen zwischen den Gleisen. Ich dachte, die könnten vielleicht irgendeine Bedeutung haben. Die Lampen zwischen den Gleisen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann muss ich einen Repeater setzen, ne? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, kannst du mal über das Geist rüberrollen? Okay. Ich war schon auf dem Weg. Ich seh nur, wie du die ganze Zeit slalom rennst hier. Ja. Okay. Okay. Stopp-Schlag! Yay, das hat funktioniert. Okay, das hat funktioniert. Hast du auch irgendwie das Gefühl, dass Saturn Spinal abspielt? Der ist ein bisschen asynchron, ja. Ach so. Lass das mal fixen. Das ist total nervig. Ich weiß allerdings nicht, welcher Repeater das ist. Du kannst ja die Signalstärke abzählen. Ja, ja, ich weiß aber nicht, ob das der Repeater ist, der nach links oder nach rechts geht. Und wenn das nicht an denen liegt, dann ist das oben an die Steuerung. Ja, du kannst einfach das... Aber wir können es hier einfach... Wir können es hier gerne einmal testen. Ähm... Ich mach das mal ein Signal weg. Leg mal was drauf. Das ist wieder mein Kart holen. Habe ich nie noch eins dabei, nein. Einfach nur drauflegen reicht ja und wieder abbauen. Was war jetzt? Das wäre jetzt noch azekroner. Oh, sorry. Hey! Dann ist es nicht die Seite, dann ist es die andere Seite. Glück, dass ich auch ein Repeater habe. Ja, ich habe die beide direkt eingesetzt. Das ist... Ey! Hörst mal auf damit! Das ist nicht die Steuerung hier. Das ist oben. Also einen Gravelblock hast du nicht, ne? Äh, doch. Zwei Stück. Ja, perfekt. Das ist die Steuerung dann oberhalb. Ach, du meinst die Abstände zwischen den Noten sind auf den beiden Seiten unterschiedlich? Ja, kann sein. Okay, ja, ich kann ja einfach mal vorbeigucken. Es ist wahrscheinlich sehr gut möglich, dass es hier bei den... Ähm, setzen von diesen Glasblocklegern hier passiert ist. Alter, muss ich jetzt ernsthaft dafür aufreißen. Okay, so geht's auch. Ich gehe mal runter und setze mal was, ja? Hier hat der eine ein und der andere vier-Tick-Delay. Achso, willst du an der anderen Seite auch kontrollieren jetzt? Hier wolltest du auch kontrollieren, ne? Ja. Da müsste es ja theoretisch sein. Okay, ich habe nur nicht die Spitzhacke für das Glas. Ey, da wollte ich gerade einen Block platzieren. Ja, das ist aber das gleiche. Ja, das ist irgendwo hinter der... Warte. Hinter dieser Glaswand ist das. Als ich den nicht gebaut hatte, ist mir nämlich aufgefallen, dass ich ein paar Mal so ein Repeater wieder abgebaut hatte. Ich zähle jetzt einfach die Ticks. Dann ist das der. Ja, das ist wahrscheinlich an der Weg oben drüber, ne? Hier ist nicht mal irgendwas. Ah doch, hier ist was hier oben. Ah, okay. Dann zähle ich nicht die Ticks. Ja, lass einfach scheiß drauf. Ja, nicht scheiß drauf, das müssen wir irgendwie fixen. Ja, dann warte. Lass mich da mal kurz rein. Ich wollte gerade da rein und drin abbauen. Ähm, oder anders. Komm mal mit. Das müsste, glaube ich, es leckt gerade, okay. Bei dir auch? Ja, das ist gerade kurz geleckt. Bei mir auch. Hä, warum ist das synchron? Okay, hier war das Licht. Ähm. Ach, vielleicht weil die Lampen immer alle an- und ausgehen. Ich deshalb. Das ist gut möglich. So. Ist das hier? Nein, das ist auch nicht der Turm. Hä? Vorsicht. Es ist nicht hier. Das Wettste und Signal geht hier nicht lang. Kommen Sie wieder runter? Ja, unten. Okay. Hä? Das muss aber... Oder ist das der Turm? Dann mal leise. Ich glaube, es ist, äh, im Süden zuerst. Äh... Ich versuche nochmal, hier die Bibel hier umzustellen. Ja. Das ist schwer jetzt. Das ist besser. Das ist noch der erste Tick, der wir sind. Letzter Mal. Das ist gut. Das ist perfekt synchron, oder? Ja. Ist doch der Repeater, okay. Ja. Ja, es ist gut. Ähm. Ach ja. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. XMR Charles, so wurde der geschrieben. Real Easy Klein. Und Tank Deal 5-6. Ja. Ich glaube, du hast 6-5-4, mir auch gesagt. Nein, habe ich nicht. Sicher? Sicher. Wie war das jetzt hier, Tank Deal? Was ist mit dem? 5-6. Ich muss mir das kurz angucken. Ach. Du hast gesagt 6-5. Habe ich gar nicht. Nein. Nein! Hast du dich vielleicht falsch verstanden? Warum steht denn an 6,5? Ich hab gesagt 5,6 5,6 ne? 5,6, ja Wann sind die alle... Weißt du noch wann diese Diskussion war? Welche Diskussion? Mit dem Mods Ich glaub das war... Ach keine Ahnung Oh jetzt muss ich überlegen Äh Ich glaub das war ehrlich gesagt letztes Wochenende Ja? Ich glaub ja Ich starte nochmal ne kleine Aufnahme Einige werden wissen was ja geschehen ist Und ich denke mal dass man es daran erkennt Hier dran Was eventuell gleich passiert Hier dran Hä? Ah schade es hat nicht funktioniert Naja Alter sieht das gerade aus Ich hab hier schonmal im Shader Habe ich mal ne Einstellung geändert Dass ich jetzt wenn ich jetzt ins Licht gucke Quasi so nen Lens Flair habe Kennst du das? Ja Dass so ein bisschen reflektiert wird Und die Sonne und iPhone war geil Aber ich muss so viel von meinem Lager sozieren Ja klar Klar sortierst du dein Lager Was denn? Äh ja Ich hab grad Stamble gebeten Ja ja Hahahaha 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 Was hast du eigentlich da gemacht? Hahahaha Gar nix Hahahaha 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 Es ging einfach nur um den Effekt Was hast du gedacht in dem Moment wo du es gelesen hast Ich hab mal wieso gelesen Ich hab das nicht gelesen Nein Nein Du weißt nicht was da drauf stand? Ach alter Das war der ganze Gang Als ob ich da lesen würde was da steht Statt drauf the cake is a lie Hast du es verstanden? Hahahaha Hahahaha Hast du es verstanden? Achso Kannst du mal den Bogen wegpacken? Ich will nicht dass du den nervösen Finger hast und der gleich von der Maus runter geht Alter Was? Ja Ja Danke Vielen Dank Vielen Dank Ich hab ein halbes Herz Was? Sorry Ich hab extra weggezogen Ja Entschuldigung Ja das bringt jetzt nichts mehr Fick dich Beim nächsten Mal ist der TNT drunter an verschiedenen Blöcken Was? Es tut mir leid Ich hab extra weg Sorry Nein Nein Es tut mir leid Ich bring jetzt alles in die Luft Ich bring jetzt alles in die Luft Wir haben das nicht getan Aber warum hast du so viele Druckplatten jetzt? Das ist ja unnötig Unnötig Alter Das war eigentlich eher das Ziel dass du das Schild liest The cake is a lie Nein Dir deine Sorgen dann gucken Was? Du die so eventuell überlegst So scheiße Wo ist hier jetzt was ist hier was mit TNT drunter ist hier nichts Der nenntest du so platzend ist dass ich das auch lesen kann Ich muss ja nicht von wo doch kommst Ich hab was denn will Ich hab grad ich hab die Sam Ich hab grad ich hab die Sam Ich hab ja auch als ob ich bin jetzt überall Druckplatten sind aber das als ob ich da hingehen würde Aber dann nehme ich so eine kleine Andacht an äh Unseren alten Server Und dann kann der Stefan noch dazu und sagt Lass wir noch ein bisschen mehr hier machen Und ich so nein Stefan Am Ende wird sich das wahrscheinlich auf einem Bahnhof ausüben Weil da viel Arbeit drunter steckt Naja keine Sorge hier ist nix weiter Also von mir aus ist hier nix weiter Ich weiß ja nicht mehr Ganz ehrlich ich weiß echt nicht was hier noch passiert ist Ähm Aber Jetzt ähm Ich mein Stell dir mal vor du hättest jetzt da was mit TNT Oder Stefan hätte da was mit TNT platziert So Du legst so in die Druckplatte Und plötzlich ungemerkt schlägt Stefan Ja ich hab's auch gesagt so Leute Ihr macht hier bitte keinen Scheiß Wenn dir nicht irgendwas passiert dann endet das bei mir Wieso äh Das war welche Leute Ja Stefan und Leon die waren ja noch da Die haben das auch gemacht? Nö die wussten auch Oh mein Gott Wieso gesagt Er leute wollte ich mal vorbeikommen Gucken was hier bei Christ war natürlich nicht Hey hey warte Hier präsentiert wird was Deswegen muss das wieder gutmachung sein Soll das wieder gutmachung sein? Soll das wieder gutmachung sein? Wegen was denn? Weil du mich gerade wieder versucht hast Also wenn das wieder gutmachung sein soll Mein äh Mein äh mein äh Grussplatz ist fast am Arsch Das ist wenn sie ganz am Arsch ist Das ist fast am Arsch Sie ist fast am Arsch Es ist fast am Arsch Es gibt nur ein Weg Nein 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 Ja ja nein die ganze zeit verbraucht ihr meine kohle ich wollte die aufnahme eigentlich auch für das nehme ich doch direkt auf zur info ist er kann fünf minuten nach dem ende der letzten aufnahme rein ich wollte eigentlich so schnell hochziehen dann hat sich der schuss der folge ich muss dir was anderes zeigen kann man bitte mit habe ich kein main card hier egal wenn also wenn du gerade zeit hast die kirche von michi kennst du doch ich hab da gerade ein bisschen was geändert jetzt hat die kirche auch einen sinn und du hast eine echt geile messe verpasst die der stefan abgehalten hat das war so geil erzähle ich dir gleich wenn du das gesehen jetzt dann guckst du mir das in der folge ja oder so in ein paar monaten ja vielleicht nach japan irgendwas muss ich mir vorstellen wenn wir jetzt auf dem das erst nach august ausgestrahlt da muss aber qualität hinter stecken der stefan hat sich jetzt auch angeschlossen am system nur am fressen der typin weil ich den vielleicht ein bisschen getroffen habe gekitzelt habe mich hat die kirche gebaut ja was ist wenn wir jetzt hier irgendwelche leute haben die im islam beiwohnen oder so oder buddhisten oder jesuiten wir haben hier einfach nur eine kirche das heißt ja nicht mal dass wir christen sind die schilder wurden vorhin ergänzt von mir wer lebt hier ich die sind noch nicht belegt trotzdem sind da blumen schon drauf ist sie profi bei klemens wussten wir nicht wie sein richter name ist also dann wird einfach bei klemens also sein minecraft name da wird ja irgendwie ständig geändert games jetzt ist eine richtige zeige wir haben wir tankte von dem haben wir auch nichts mehr gesunden das passt so schön zur musik ich hab nicht die musik gelesen die passt doch gut dazu bad word ok und jetzt was kann man hier machen hier ist keine bibel was soll denn das aber ich kann dir sagen ah nein du willst es in der folge sehen das ist eine pistole ja die geht zum cockpit ich pisste auf die gegner mario kannst du dich mal bitte da runterlegen mario sag einfach ja oder nein ja ach so darfst du die achterwanne geht so ab die stänze mit der gänse die du die 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 Oh my god!